ja hallo ihr lieben herzlich willkommen hier wieder auf dem kanal von michas modellbauwerkstatt zu einem neuen video schön dass ihr da seid und herzlich willkommen natürlich auch zurück in der schiffsmodellbauwerk ja die nächste lieferung von der rms titanic hat mich erreicht und sie hat großes in sich aber dazu später mehr was haben wir denn beim letzten mal bei der titanic gemacht gab wir hatten den letzten raum auf dem pomenadeck angebracht den sogenannten rauchsalon der ersten klasse dann aber natürlich noch den rumpf deutlich erweitert heute in dieser folge bekommen wir das nächste deck und zwar das bedeck und wir bekommen noch eine weitere rumpfplatte also ich würde sagen ihr kommt jetzt nicht da und dann geht es los mit den ausgaben 80 bis 83 von unserer rms titanic so Musik In der Ausgabe 80 von unserer RMS Titanic bekommen wir ein weiteres Rumpfteil Und wieder 5 Unterlegscheiben Nicht wirklich viel zu tun in der Ausgabe Außer nur das Rumpfteil da anbringt Das sollte doch relativ zügig vonstatten gehen Das Ganze legen wir das mal jetzt schön beiseite Passend, dass wir jetzt hier keine Unterlegscheibe irgendwie an der Fingerkleben verlieren Und dann holen wir doch mal den Rumpf rein Denn da fehlte ja beim letzten Mal noch ein Stück und zwar hier auf der Seite Und dann setzen wir das nämlich jetzt hier so an Einmal hier oben rein Und dann drücken wir das da unten rein So, dann sitzt der Rumpfabschnitt Dann machen wir hier wieder die Unterlegscheiben drauf Und dann nehmen wir uns wieder unseren Spezialschlüssel Und dann schrauben wir das Ganze einmal fest Ich mach erstmal den in der Mitte Dann ist der schon mal dran So, dann kommt der an der Seite dran Da nehmen wir wieder eine Unterlegscheibe drauf Und dann drehen wir das Ganze da rein So, ist auch gleich fest Jawohl Die haben wir auch dran Und geht ja relativ zügig in der Ausgabe hier Wobei allgemein glaube ich die Lieferung sehr, sehr wenig zu bieten hat Das sollte eigentlich relativ flott gehen Die vier Ausgaben Von den Teilen her sehr wenig Aber daher dafür umso mehr größere Teile gleich So, das war die dritte Und dann geht es weiter mit der letzten Schraube Die wir jetzt noch hier oben hinsetzen dürfen Und zwar hier Und das Ganze natürlich noch ordentlich an der Wand zu fixieren So, damit ist das auch erledigt Der Rumpf ist jetzt auf beiden Seiten gleich lang und auch gleich hoch Und damit sind wir fertig mit Ausgabe 80 und kommen dann jetzt In der Ausgabe 81 seht ihr jetzt einen riesengroßen Decksabschnitt Wir bekommen nämlich das nächste Teil für unser nächstes Deck Und zwar das B-Deck wollen wir jetzt anfangen Da bekommen wir dann auch eine Beklebungsfolie Und wir kriegen noch eine Abdeckung Gut, dann wollen wir das mal machen Wir legen das Deck erstmal hier oben zur Seite Schön in Sicherheit Ich brauche jetzt erstmal nochmal mein Und zwar haben wir hier auf der Rückseite nämlich noch ein Loch Das hier Wofür das dann eigentlich mal war Das könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben Das ich das dann weiß Hier haben wir zwei Nupsis Da können wir das reingreifen Und oben dann schließen Und den Rest schrauben wir dann mit zwei AP Schrauben An So, eine Und die zweite Schraube So, dann ist auch dieses Loch jetzt geschlossen Und wir sind Fertig Können das beiseite legen Und können dann jetzt mit dem B-Deck beginnen Und zwar sollen wir da jetzt hier an der Stelle hier nämlich den Decksbelag aufkleben Das heißt, da nehme ich mir jetzt wieder ein bisschen Leicht Ein bisschen Kleber Holzleim So Und dann setzen wir den Decksbelag an Einmal wieder schön hier abziehen Vorsichtig, nicht dass der durchreißt Bis in die Ecken rein Und das Ganze auch ordentlich in der Position sitzt Da sitzt es auf jeden Fall Und da auch Wunderbar Haben wir angebracht Und das war es dann auch schon wieder Mit Ausgabe 81 Kommen wir dann jetzt zu 82 In der Ausgabe 82 Von unserer RMS Titanic Bekommen wir jetzt einen riesengroßen Abschnitt Von unserem B-Deck Wir bekommen zwei Holzbeklebefolien Und noch zwei Halterungen Die wir einsetzen dürfen Also wir wollen das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen in die Länge ziehen Was das B-Deck angeht Und sollen da als erstes mal die beiden Abschnitte Die wir jetzt bisher schon haben Uns jetzt da herholen Das ist einmal der hier Und der Und das Ganze wird dann jetzt hier Einmal so vorsichtig eingehakt Aber auch so, dass das jetzt überall passt Und das ist nicht gerade sehr einfach Das ineinander zu haken An den Seiten aufzupassen Das passt ja sehr hervorragend So, da habe ich es drin Und wenn es natürlich an der Seite drin ist Dann sollte es ja eigentlich jetzt an der Seite auch reinrutschen Sagt man eigentlich, ne? Jetzt hat sich das natürlich scheinbar ein bisschen hier verkantet So, jetzt sitzen die beiden Teile tatsächlich aneinander Und jetzt dürfen wir die ganzen natürlich auch noch mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 AP Schrauben auch noch verschrauben Das heißt, wir setzen hier eine rein So Und die nächste hier hin Dann zieht sich das Ganze schon mal ein bisschen ran Dann arbeiten wir uns nämlich zur Mitte vor So Da ist schon mal vier drin Und die fünfte da rein Und das Ding kann sich doch mittlerweile dann echt schon sehen lassen Das riesengroße, riesengroße Rumpf am Decksteil von unserem B-Deck So, und jetzt ist das natürlich hier an der Stelle sehr wabbelig Und dafür haben wir jetzt unsere beiden Halterungen Die wir mit ein bisschen Sekundenkleber auch noch fixieren sollen Heißt, da nehme ich jetzt einmal den Sekundenkleber So Mach mir hier ein bisschen was auf meine Spitze drauf Und dann nehmen wir uns jetzt eins von diesem Eisen Dann sollen wir hier die beiden Zapfen ein bisschen mit Sekundenkleber einstreichen So Und dann haben wir hier nämlich an den Seiten So zwei so Halterungen So halbe, so kleine Löcher Und da sollen wir die jetzt reinstecken Ich muss gucken, dass ich das jetzt richtig gehalten kriege So Positionieren wir das so Und dann seht ihr Dann ist das auch richtig stabil Das ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal Das heißt wieder ein bisschen Sekundenkleber Auch unsere Spitze drauf träufeln So 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 Das Da brauchen wir was dran Machen wir das nicht mit der Mit der Handtechnik So Dann nehmen wir uns Wieder Das Das Und Schieben das in Position So Dann haben wir die beiden Halterungen auch dran Damit sind die beiden Decksabschnitte jetzt Einigermaßen Einigermaßen Verbunden Wobei Ich muss ganz ehrlich sagen Gerade Gerade ist das nicht Wirklich Ich hoffe das Weiter Vielleicht gibt sich das ja alles mit der Zeit noch So Jetzt dürfen wir noch Bei die beiden Decksbelege nämlich ein kleben Und das heißt einmal Hier Kommt hier Das hin Und das geht jetzt Da drüber Da kommt der nämlich rein Der Belag rein geklebt So Zieh ihn ab Dann kommt das Ganze Hier So Schön Da rein So Hier so ein bisschen Kleber überstehen Ja Den kann ich Den kann ich nachher wenn er trocken ist Entfernen Und dann machen wir das Ganze hier auch nochmal Der Seite So Und dann nehmen wir uns natürlich Die andere Seite vom Decksbelag vor So Und setzen das Ganze Jetzt So Hier rein Richtig Schön Bündig Passt Das tut es Und das war dann tatsächlich auch schon alles Für Ausgabe 82 Kommen wir dann jetzt noch zur Ausgabe 83 In der 83 Bekommen wir die nächsten Teile Wir bekommen einmal die Steuerbord Und Backbord Seitenwand Dann bekommen wir die Frontwand Eine LED Platine Ein Kabel Und jede Menge Verbinder Ja Auch nicht wirklich Viel Zu tun In der Ausgabe Aber Wir haben ein bisschen was zu tun Und das machen wir jetzt mal Wir dürfen jetzt als allererstes mal die ganzen Verbinder hier ansetzen Hier haben wir einmal zum Beispiel wieder eine Führung Das heißt hier ist wieder ein Ein kleiner Stift dran Das heißt es geht auch alles nur in einer Position hier drauf Und das setzen wir dann mal Und dann kommt das Ganze wird dann mit AP Schrauben Verschraubt werden So Eine haben wir dran Und dann nehmen wir die zweite So Eine Wand ist erstmal vorbereitet Jetzt nehmen wir die zweite Wand Dann machen wir das gleiche Spiel nochmal Also kein Hexenwerk Einfach nur drauf setzen Und dran schrauben Das Ganze Zack Da kommt dann die nächste AP Schraube rein Dann haben wir die beiden Seitenwände Erstmal auch vorbereitet Dann können wir auch gleichzeitig die Frontwand schon mal vorbereiten Legen wir uns hier hin Packen wir uns am besten jetzt sofort Erstmal alle drei Alle vier drauf Die wir hier haben Zwei 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 dann haben wir das jetzt so weiter dran und jetzt dürfen wir das ganze natürlich auch noch in unserem B-Deck einbauen und das heißt ich hole das mal hier her, die Platine legen wir mal kurz hier beiseite, das Kabel brauchen wir heute sowieso nicht und dann sehen wir hier schon, da zwei Löcher und hier zwei Löcher plus jeweils zwei Halterungen jetzt komischerweise das heißt das ganze kommt hier rein so und wird dann jetzt auch noch verschraubt das ganze natürlich auch noch fest in Position hält die Trennwand so das ganze machen wir hier auf der Seite jetzt auch noch mal auch die sitzt dran die Schrauben runter schrauben wir natürlich auch noch rein dann haben wir die beiden Seitenwände tatsächlich auch schon drin macht sich das dann schon so langsam jetzt dürfen wir das ganze einmal kurz umdrehen denn jetzt sollen wir die Frontwand nämlich von hier auch noch hier vorsetzen und auch vorsichtig konnte der Decksbelag jetzt, nö das ging noch mal gut knisterte da so ein bisschen komisch aber ist alles gut gegangen jetzt schrauben wir das hier auch noch rein jetzt müssen wir hier vor allen Dingen vorsichtig sein nicht zu stark drücken sonst brechen wir hier nämlich uns die Seiten nachher kaputt und das wollen wir natürlich nicht das heißt schön vorsichtig arbeiten nicht so viel druck dann sollte das auch wunderbar klappen und ihr seht die Seitenwand ist auch angebaut kann sich doch schon tatsächlich alles sehr gut sehen lassen jetzt dürfen wir noch zum schluss auf der rückseite tatsächlich auch noch auf der seite die nächste led platine einsetzen die wird einfach nur hier reingesetzt und dann brauche ich wieder meinen Schraubendreher dass ich das ganze ein bisschen wieder hier über die Seite schiebe so da sitzt sie schon mal drin und hier drücken wir das jetzt auch noch ein bisschen weg so und dann ist auch die nächste led platine an position wie gesagt das kabel bleibt wie immer erst mal über und wir sind fertig mit ausgabe 83 und das war es auch tatsächlich schon für die nächste lieferung unserer titanik so ihr lieben das waren sie dann tatsächlich schon wieder die nächsten vier ausgaben von unserer rms titanik nicht wirklich viel zu tun gewesen heute aber was da rausgekommen ist das kann sich mittlerweile sehen lassen ich habe alles provisorisch mal wie ihr das bei mir gewohnt seid ineinander gesteckt und das hat schon ordentlich gesicht so sieht unsere titanik mittlerweile jetzt aus vorne ist sie dann jetzt mittlerweile komplett nach hinten fehlt natürlich noch ein ganzes stück ich habe das b-deck jetzt das bootstack noch nicht ganz eingerastet in die noopsis damit ich es auch noch mal auseinander kriegt denn wir müssen ja schließlich auch noch weiter bauen ein kleiner tipp von mir bezüglich des b-decks ihr habt ja gesehen gehabt das ist bei mir so ein bisschen wie so ein flitzebogen die beiden verbindungen also praktisch die sechs schrauben die wir da praktisch zwischen den beiden decksteilen schrauben sollen nicht so ganz ganz so fest anziehen dann nimmt er ein bisschen den druck und die spannung aus den beiden decksteilen raus und sobald dann die beiden anderen decks da mit reinkommen lässt sich das auch gerade auf dem boot in eine linie drücken wie geht es denn beim nächsten mal bei der titanik weiter wir werden beim nächsten mal weitere wände für das b-deck bekommen und natürlich machen wir auch weiter an unserem rumpf denn da wollen wir nämlich beim nächsten mal tatsächlich die aussparung einbauen wo wir dann hinterher wenn das schiff fertig ist auch den motorraum sehen können für heute war's das wenn ihr fragen zu titanik haben sollte dann schreibt sie mir gerne unten in die kommentare oder schickt mir einfach eine e mail an mich als modellbauwerkstatt at gmx.de ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen ich würde mich natürlich noch freuen wenn ihr den kanal abonniert den daumen nach oben drückt und die glocke bimmelt in diesem sinne wünsche ich euch noch eine weitere vorweihnachtszeit macht es gut bis zum nächsten mal